Hallo und herzlich Willkommen zu unserer Twilight Forest Eröffnung mit allen möglichen die heute Halbzeit hatten. Da haben wir den Debitor, den Nodob, den Maloui, den Klüm, hallo, den Cast Crafter, den Lorde Schrecken und nicht nur Däumen, weil sein Internet verschbastet. Ja genau. Okay, sollen wir durchgehen? Ja, alle rein. Es lag. Was passiert eigentlich, wenn man keine gute Waffe hat? Also ich habe nur ein Eisenschwert. Ja, ich brauche den, aber wir haben uns. Steck irgendwie in der Wand oder so. Die können ja auch die Mops. Da sind alle da? Oh, keine Lampen. Ich weiß nicht, wo... Kann ich mir zum Käfer machen? Heiko, wo gehst du hin? Nee, das sind keine Obstier aus Lamm. Was ist das denn hier? Ich bin irgendwie im Boden. Hilfe! Man kann die Steine nicht abnehmen. Was tust du? Im Süden ist ein großes Haus, wie der Heiko gerade schon gesehen hat. Let's go, let's go, let's go. Nein, wartet, ich will raus. Wartet, bitte. Hilfe, Hilfe, Ack, wie geil. Ich bin im Boden gespawnt. Komm mal raus. Was bist du überhaupt? Ein richtig gutes Haus sogar. Also ein Wither-Skelett. Let's get into the crib. Aber weißt du, da muss ich jetzt auch wieder zum Zugriff. Was ist das? Was hast du gemacht, Nibithor? Ich weiß nicht. Was war das? Mach nochmal. Mach nochmal. Die haben anscheinend Schutz davor. Du kommst da nicht mehr rein. Was ist denn ein Twilight-Lidge? Ist das ein Boss? What the fuck? Was ist da drin? Das sieht echt nicht geil aus. Warum ist das hier so komisch grün geworden? Und Peter, was ist bei dir da passiert? Du kommst hier nicht rein, Schiet, ist das. Wenn du versuchst, einen Stein abzubauen, dann... Minecraft ist ausgegangen. Da kommst du nicht rein. Oh, na. Oh, na. So. Wow, ich bin ein Twilight-Lidge. Wie sollten wir jetzt hier korrekterweise reingehen in die Butze? Ja, es gibt irgendwo einen Eingang. Warte. Die Bad Butze, Mann. Wir sind nach Süden geflogen, oder? Wir sind im Süden bei diesem Haus. In dieses Schneegebiet rein oder woanders? Hä? Nee, Süden. 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 Auf deiner Nettel auf der Karte. Da gibt es sogar so... So... Alter, was für ein Chaos, das hier auch ist. Aber... Also hier gibt es so einen Seiteneingang. Ich bin da mal drauf. Hallo. Ist einer hier im Gebäude? Hallo. Warte mal, wo bist du denn? Wie bist du denn jetzt da reingekommen? Ich bin aber seitlich durch so'n... 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 Ah. Könnt ihr euch da nicht mehr reinbauen? Geht das nicht mehr? Nein. Nee. Da kommt so ein grünes Etwas und das sagt... Nein, du kommst hier nicht rein! Ich bin drinne. Ey, wo ist denn ein Seiteneingang? Ich find keinen Seiteneingang. Ich find auch gar nicht. Ah, doch. Oben. Oh, oh, oh. Schnell weg. Kim, warte mal da bitte. Also, ich muss hier erstmal raus, bevor ich tot bin. Süß. Wo bist du denn da? Ich bin auch nicht wieder da, Leute. Hallo. Geh mal, flieg mal runter. Nein, nicht mich töten, Kasko. Hier. Kann ich das haben? Ah, hier. Gefunden. Wo ist der? Da ist er. Jawohl. Und ich war leck. Na egal. Hier ist der Eingang so. Hier so. Bist du da? Oh Mann. Andi, wo bist du? Hier. Wo denn? Ich bin drin. Ich bin drin. Oh, geil. Ich muss mich erstmal einbauen und regenerieren. Ich bin oben im Turm. Ich bin oben im Turmhauptzimmer. Was ist hier jetzt? Nee, du bist hier. Der Baden Endboss, aber der ist weg. Achso. Der ist weg. Die sind auch so 10 Millionen Spinnen. Wann das denn? Ja, ja. Innerhalb der ersten. Was ist denn das denn noch? Einfach weggesnackt. Ich weiß doch gar nicht, wo ihr seid. Kann man hier gar nichts abbauen? Ein Dark Forward. Warum startet das denn nicht mehr? Ja, ich will mitschmieren. Ich aber nichts töten kann hier in dem scheiß Haus. Ihr sterbt aber! Kannst du was töten? Nein! Ja, ich kann was töten. Nee, das ist Baloui. Hallo Baloui. Nicht mich töten, das hast du aber was falsch verstanden. Ich kann auch abbauen hier. Was ist das Problem? Die Welt ist protected. Nein, Quatsch. Moment mal. Also ich hab mich jetzt eingebaut und ich kanns auch nicht wieder abbauen. Das ist doof. Wollt ihr mal eben? Ich konnte ja was abbauen. Ich weiß nicht wieso, aber... Oh. Ja, dann komm mal nach unten. Irgendwo ziemlich weit unten. Boah, ich hab voll keinen Bock hier rumzuhängen. Hier sind viel zu viele Spinnen und so. Warte. Genau. Vor allem kann ich die Spinnen nicht töten. Ja, ich kann die Spinnen nicht töten. Ah, warte. Doch, ich komme ja raus. Ich bin eine Whisp. Aber ich krieg auch keinen Schaden. Irgendwie. Ja, teils, teils. Das ist richtig komisch. Was ist das denn denn falsch mit den Mobs? Peter, was hast du wieder gemacht? Peter, ja. Ich weiß es nicht. Ich bin ja rausgeflogen. Jetzt kommt eine mehr rein. Der darf nicht. Vielleicht liegt es an der Bauform, in der man hier reingegangen ist. Ach, oh fuck. Äh, nein. Aber man spawnt direkt hier neu. Moment. Ich glaub, ich geh jetzt lieber, sonst bringe ich noch mehr Leute um die ich umbringen möchte. Was machst du, dass ich einen einfachen Weg reinbekomme zu meinem Grabstein? Oh shit. Ich werd mit Büchern angegriffen. Warte mal, du bist ein Dings. Vielleicht liegt es daran. Direkt neben deinem Grab ist die Wand offen. Ach, leck mich doch, ey. Ich kann nix töten hier. Das hat die Probleme. Vielleicht gibt es wirklich an der Form, die man ist. Ich bin lieb, ich bin lieb. Eichhörnchen. Gif. Geil. Die sind nicht gut. Verwandel dich nicht. Nein. Tu es nicht. Eichhörnchen. Also ich hab grad einen Yeti gekillt. Ich werd mich jetzt in ein Eichhörnchen verwandeln. Hab ich grad, nein. Nee. Borist Squirrel. Ich hab's immer wieder zum Beispiel. Ich Jude noch viel Spaß in Twilight Borist und tschüss. Tschüss. Wie tschüss? Tschüss. Ja, ich muss nicht los. Ja, tschüss. Das ist einfach eine Begründung. Ja, tschüss, ja. Leck mich doch. Ey, muss los. Mag dich einfach nicht, Balu, ey. Das wollte ich nur nicht in der Aufnahme sagen. Danke. Kann man jemand meinen Grabstein kaputt machen? Ja, warte, warte, warte. Ich muss meinen Ring nur ausziehen, dass ich magnetisch bin. Also Peter, ich muss ganz ehrlich sagen, du hättest mich ja warnen können, dass die Scrubble nicht so gut sind, ne, eigentlich? Oh, toll, danke. So, bis dann. Ciao. Tschüss. 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 Also, woran liegt das jetzt, dass man da drin was machen kann oder nicht? Das verstehe ich nicht. Also, ich kann was machen, ich kann alles was machen. Ja, ich kann da gar nichts drin machen. Ich auch nicht. Ich kann mir die Wand angucken. Ja, geil. Die Wand ist voll schön, aber... Ja, ich finde es toll, dass ihr das genauso seht wie ich. Was ist das jetzt hier? Das ist der Twilight Forest. Was ist das für eine riesige Eiswand hier? Warte, warte, warte. Willkommen zurück zu der Twilight Forest Folge. Ah, bin ich auch wieder dabei, ja? Ja, genau, weil wir sind alle alle abgekackt. Wir sind schon durchgegangen. Was ist das für ein riesiger Gletscher hier? Das ist so eine riesige Gletscherwand. Du kannst viel Pinguinen. Pinguinen? Ist gerade wer von euch ein Squirrel? Das könnte sein, dass ich es gleich töte. Ey, hier ist so ein komischer Aurobatron. Ich bin kein Squirrel. Ich fliege hinter Kiwi Kilian. Warum ist es denn hier so gelb? Hallo. Warum liegt da Stroh? Echt nicht? Äh, was ist das? Lass uns ein bisschen auf den Fliegen klimmen. Hier ist so ein riesiger Regenbogentempel. Das sieht ja cool aus. Aber du hast schon alles down gemacht, oder? Ja, ich bin auch schon. Kommt mal zu X800 und, äh, ja, Z524. Das ist irgendwas Cooles. Ich hab keine Ahnung, was das ist. Warte, ich komm rüber, ich komm rüber. Was ist das? X800 und Z550 so ungefähr. Ich kann nicht mehr. Ist es noch weit? Ey, was sind wir da? Alter, was ist das? Oh, ich hab Hunger. Oh mein Gott. Nochmal bitte die Koordinaten. X800, Z550. 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 Warum habe ich nicht gegannt? X800, aber ich hab dir gehört. Boah. Wo ist denn die Schneider denn hier? Wollen wir dich verarschen? I follow the leader. Aber du bist aber echt weit gestimiert hier. Das ist aber ein Berg. Was ist dein Problem? Das ist ein Schneeberg. Nein, das ist eben kein Berg. Das ist ein Eisschneeberg, Mann. Nein, jetzt geht auch. Ach, da ist noch eine Regenbogenwand. Ach so, ein riesen Gletscher. Nee. Nee. Das haben wir auch gedacht. Das denkt jeder. Und dann, äh? It's Rainbow Village. Rainbow Village. Boah, dahinter ist voll der Regenbogen. Und das kannst du auch nicht abbauen. Oh Mann. Was jetzt? Gletscher oder Regenbogen? Aber warum kann ich die Pinguine nicht töten? Ich will ein Pinguin werden. Ja, ein Pinguin, wie geil. Hör mal, hier gibt es auch einen Eingang in Regenbogen Village. War es schon drin? Oh, nee. Hallo. Wo ist der Eingang? Hier. Kann man nicht abbauen? Hier, den riesigen Gletscher. Nein! Wenn das jetzt noch einer sagt, dieser Gletscher, nein! Also, halt mal ein Fest, ne? Habt ihr eigentlich auch schon einen riesigen Gletscher gesehen? Auf dem Regenbogen schneitest. Wo waren die Koordinaten? Oh Gott, ist das nicht stark! Pum, 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 Alter. Das klingt fast wie im Himmel. Hey, pass auf, da ist Geist da drin. Okay, tschö. Okay, tschö, da hat er das. Ach, hier. Kann man das abbauen? Ich will das haben. Nein, das kann man nicht abbauen. Wieso kann Chaos Crafter wieder was ab... Warte mal, ich weiß warum. Warum? Hey, ich hab was abgebaut. Du hast bestimmt ne scheiß Spitzsacke. Kann man hier rein? Nee. Okay. Also, ich hab nen Kobaltkopf. Das ist doch die höchste... Bauer jetzt die Aurora-Blöcke hier ab. Boah, das hat behindert mit dem Schneesturm, ne? Was denn hier? Hä, was für ein Schneesturm? Habt ihr denn nicht? Ich sehe so gut wie gar nix. Nein, du kannst die Aura-Dinger auch abbauen. Nein? Nee. Warum hab ich denn das Schneesturm? Manilium. Ich will die Sachen wieder. Wo bist du denn jetzt überhaupt reingegangen, Andi? In den Eingang, wahrscheinlich. Guck mal, guck mal, folgt mir, folgt mir. Ich bin im Regenbogen. Aber ich will so'n Pinguin haben. Ja, dann hier hoch einfach. Gif-bam! Ja! It's kind of magic, magic, hier hoch! Kann ich jetzt Pinguin werden? Ich bin ein Pinguin! Holt mich hier raus! Hilfe, wo ist mein Grabstein? Pinguin! Da war der gerade. Hallo! Ich bin mir glaub schon nicht. Da ist er! Ich bin ein Twilight Hunter. Oh, was ist da? Ja, direkt das geradeaus vorher. Ich seh nix, ich sterbe. Ja, deswegen geh ich auch wieder raus. Peter, ich bin unter dir. Ach, du warst ein Pinguin. Hier, warum bitte mal mit dir aufschlapen? Ach, du warst ein Pinguin. Ich seh den nicht. Von was sterben wir, bitteschön? Ja, hier. Wenn du gerade hochfliegst, einfach geradeaus direkt weiter. Genau. Außerdem ist doch da ein fettes X. Könnt ihr den Turm mal klären, bitte? Wie soll ich den Turm mal klären, bitte? Ich sterbe auch. Ja, nicht du, Peter. Du musst Castingens machen. Aber wir sehen noch immer, was was in dem Turm. Heiko muss das machen, hier. Ja, ich auch nicht. Ich hab ne Scheiß. Voll der süße Pinguin, eigentlich. Bist du gar nicht? Siehst du, lebst immer noch. Ihr seid so voll... Plastical Chaos. Oh, was ist das denn? Alter. Das ist ein Pinguin. Hey, wer schlägt mich denn? Ich hab mich so erschreckt, meine Güte. Wie rennt's denn auch hier rum? Ich hab gar nichts gesehen hier. Mach mal, Devitor. Mach mal Klier, bitte. Was liegt denn hier auf dem Boden? Ist das so ein Ghostbustersfalle? Warte hier, ich hab auch ne Lampe für dich da. Oh. Aber ich seh nur Schnee ohne Wind. Ich flieg mal hoch, da sind so Viecher. Echt? Das sind richtig komische Viecher. Oh mein Gott, Hipper! Ich hab's getötet. Mit deiner Hilfe. Das ist Schnee getroffen. Wow. Ich fliege es einfach gegen Guga geradeaus. Ich hab mein Goldapfel reingelfen. Oh, da ist er ja. Oh, sorry. Heiko! Sie töten sich gegenseitig. Heiko! Das ist so was für ein Waffenname, würde ich. Das ist aber inappropriate hier. Ich kenne den Deutschen. Echt so. Das geht gar nicht. So, God, ihr hattet auch Shit. Aua. Okay, schon mal rausgekommen. Nein, nicht schon wieder, nicht schon wieder. Ich bin raus. Ich bin raus. Ich hab nur Schnee. Das sind scheiße Vieh da oben. Wieso lässt du dich auch immer wieder von dem umbringen? Tu ich ja nicht. Ich wollte raus und hab mich getuiltet. Also ich finde, ihr könnt gerne vorgehen. Ich habe jetzt nicht... Oh, warum bin ich hier rausgeflogen? Oh. Das ist so viel Action, Leute. Halten wir mal fest. Twilight-Verrückte ist kein Spaß. Das war voll lustig. 290 ist krass. Heiko, warum hast du mich getötet? Ich hab einfach mal geschlagen. Ich hab Schneesturm gehabt und hab nix gesehen. Hast du auch eine Schneesturm gehabt? Ohne Witz, man sieht nix. Debitos. Ich hatte kein Schneesturm. Ich hatte auch keinen Schneesturm. Was ist falsch mit euch? Was bei euch denn? Habt ihr keine Partikel an oder wat? Natürlich. Das war Hackerei. Nee, stimmt. Ich hab's ja ausgemacht, weil man als Wispsons so nervig... Nee, gar nicht, war als Blaze oder so nervig viele. Aha. Ich hab's nicht nur mehr in den Optionen ausgemacht. Ich hab's auch an. Weil mich hat's gerade am... äh... Dings gestört. Ah. Wer kennt's nicht? Ah, Blaze. Nee, ich glaub, wir haben den Server down gemacht. Ja. Sorry. Server down. Huch. Mensch. Heiko, ich bin tot. Ich hab deine Leber. Alles gut. Kann man wieder auf den Server? Nee. Nee, läuft ja nicht. Kian, kann man eigentlich wieder auf den Server? Kylian, läuft der Server wieder? Kylian, läuft der Server? Ist er schon gerade da? War der Server? Ja. Ist er ein Eisgletscher da? Den war... Den er meint hat? Ist er ein Eisgletscher oder ist er ein Regenbogen? Nee, aber... Alter, Leute. Wollt ihr mich mal wieder produzieren? Vielleicht sogar einen Regenbogengletscher. Ja, einen Regenbogen-Eisgletscher mit Regenbogen gebeutet. Aber ich frage mich, was an der Spitze des Turms ist. Aha. Ja, frag dich doch weiter. Bestimmt keine Pliege. Wir können uns ja auch einfach einbauen. Hier, der Server wieder. Ah, der Server startet gerade, sagt er. Ich hab da schon welche getötet. Einer ist explodiert. Ja, da ist noch so ein Slow Guardian. Nein, einer hat mich getötet, Mann. Nein, ich hab auch ganz viele solche getötet. Seit wann explodierst du, wenn man dich tötet? Nee, der hat die Rüstung an sich. Server ist still starting. Please wait before we reconnecting. Okay. Okay, wie lange noch? Jetzt? Wurde der Server wieder? Komm rein, komm rein, komm rein. Ich war gerade in einem epischen Fight, ey. Das war voll scheiße. Jens fragt gerade, ob er es gab, ob wir den Server runtergefahren haben. Ey, ja, wir haben ihn heruntergefahren. Natürlich. Eine Notabschaltung war es. Während in etwa 8, 9, 10, 12.000 Leute drauf waren. Jetzt ist alles nach. Jetzt sind alle drauf. Alle drauf. Los, einen. Schnell, 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 schnell. Zu Tode pinggen. Und er ist tot? Ich bin bestimmt so. Oh, Error. Jetzt hab ich auch einen Schneesturm. Nein. Jetzt hab ich auch einen Schneesturm. Ich hab auch einen Schneesturm. Scheiße, raus hier. Boah, ich auch, Kacke. Ich hab gar nichts. Boah, das war vorher viel cooler. What the fuck ist das für ein Schneesturm? Was ist das für ein Schneesturm? Richtig nervig. Ja, das ist alles deine Schuld. Ja, 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 ja. Los, Peter, lass mal unsere Sachen machen. Man sieht gar nichts vor lauter Schneesturm. Ist das jetzt hier ein Plätscher oder ist das hier jetzt ein... Also. Der war Louis, der Witz, der war am Anfang schon nicht lustig, ja? Ich muss mich jetzt nach der Map orientieren, weil ich... Einfach gerade nach oben. Einfach gerade nach oben. Nein. Hä? Nein. Mann. Okay. Woran liegt es? Okay, wir sind Leute zu viele, oder? Nee, ich glaube, dass ich deine Tücher habe. Ich glaube, diese Schneeklocken. Ich hab die jetzt getötet und zweimal ist der Server abgeschmissen. Ja, genau. Der ist explodiert und dann ist es wieder Server closed. Okay, Heiko, dann töte ich die nicht. Ja, dann lass uns halt töten lassen. Ist gut. Ich würde vorschlagen, ihr holt den Stuff aus diesem Turm und betretet ihn danach nie wieder. Das ist eine gute Idee. Oder nur, wenn man alleine auf dem Server ist. Ja, damit er dann alleine closed. Super. Ja. Alter, was für ein Dreck? Heiko, töte keinen mehr. Beschützt meine Sachen. Keine Idee. Was geht bei dir so? Ja. Machen wir. Und wann sagt JB, freut er sich? Der ist schon richtig amused. Sagt halt gar nichts. Ich glaube, er ist not amused. Aber warum dauert der denn so lange zum Starten? Ja, was hat der denn so lange zum Starten? Das ist ja auch immer so ein Zwei-Stunden-Akt. Nee, nee. Ihr hattet nur in der Zeit den Turm geklirrt und den Boss getötet. Was? Bei dir hat er das Zwei-Stunden? Ich wünsche dir mein PC wäre auch so schnell. Du hast doch neun. Was willst du eigentlich? Das war ein Scherz. Der Klima hat ja morgen gestartet. Ist das ein Regenbogen? Nein, halt die Klappe! Ist das ein Gletscher? Louis, was war das denn jetzt? Das war ein Regenbogengletscher. Und jetzt Ruhe. Heiko, hast du die getötet? Ja. Au! Den Gletscher? Oder den Regenbogen? Beides. Beides. Also man darf die ja nicht töten. Das habe ich vergessen zu sagen. Dann crashen nämlich der Server. Aber da ist eine Explosion, die den Server überfordert. Ich würde sagen, für jedes Mal töten gibt es einen Diamanten, keine Ahnung, Block, 1000 Millionen für jeden. Ja, okay. Das ist gut. Geht sowieso von Peters im E-Stimmer. Was? Hast du das angezappt? Wie bei TechTown, ne? Einfach eine Fernbedienung gemacht. Echt? Voll gut. Hätte ich auch machen sollen. Scheiße. Ich muss ja sagen, beim ME-System, diese ganzen Meteoriten-Scheiße fuckt mich ein bisschen ab, ne? Ist ein bisschen unnötig. Ja, ist voll kompliziert alles. Und dann irgendwas in Wasser reinwerfen. Bin ich denn behindert? Oder dumm? Hast du noch die Kristalle gezüchtet, mein Freund? Willst du denn eine richtige Antwort darauf, oder? Ja. Wann ist denn der Server wieder da? Ich will meine Sache reden. Kilian, mach mal. Wie lange dauert das denn noch? Heiko, töte keine Leute, bitte. Kilian. Das ist ein Ringgum. Heiko, kannst du meine Sachen da rausholen? Ja. Also wenn wir drauf sind, zuerst die... Oh, es geht, die Fragezeichen. Ja, er ist da. Ich töte jetzt die Flucht an. Snow Guardians töten, yay. Los, Peter. Sollen wir nicht mal testen, ob das wegen dem Töten war? Nee, nee. Nein. Nicht nochmal. Mach mal. Also ich wäre dafür. Wir müssen ja sicher gehen, was da los ist. Ja, wir müssen ja wissen, woran es liegt. Ja. Auf zu unseren Sachen. Heiko, hol die Sachen. Jetzt. Now. Now. Do it. Do it, do it now. Meinst du, die Schneefiecher sind sauer, wenn ich ein bisschen was von seiner Butze klaue? Wollen, das geilste ist... Ist das hier ein Gletscher? Ah, nee, schade. Ich dachte, der Schneesturm wäre ex... Doch, ist er. Wo ist der Schneesturm da? Der ist exakt in diesem Schneedium, glaube ich. Ja. Aber wirklich ganz exakt. Aber diesen Turm einfach gar nicht. Klar, hast du deine Sachen rausgegangen oder was hast du gemacht? Oh, bist wir drin. Ich bin einfach mal den Turm hochgeflogen und versuche den jetzt einfach abzubauen von oben hin. Kannst du, wenn du mal nö, Lümmers? Hä, meine Sachen? Nö, ich kann es mit meiner Spitzkarte, kann ich den abbauen. Ja. Was sind meine Sachen? Schneid. Ich bin meine Sachen nicht. Ich habe gerade meine Äpfel verloren. Ich habe den Debi-Hammer. Ja, ich habe den. Debi-Hammer, meiner. Debi-Hammer. Was denn ein Debi-Hammer? Das ist der Hammer. Der Hammer. Oh, shit. Wo ist mein Grabstein? Ich habe ein paar. Ich weiß nicht, ich gucke nochmal nach. Hast du meinen Grabstein auch abgebaut? Ich weiß nicht, vielleicht nicht abgebaut. Also, ich habe auf jeden Fall deine Darkruß zu. Gib, 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 gib. Hast du eine Manilum-Pickax? Gib, 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 gib. Nicht Manilum, Adai, glaube ich. Hier ist Glas. Kann man reingucken. Was? In den Tempel. Ich habe die Debi-Schaufel. Das ist meine. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ihr müsst einfach fragen, was er dafür zahlt, wenn ich es ihm wiedergebt. Wo seid ihr denn? Ich habe einen Ironwood Sword. Wo hat das denn? Das hast du hier getroppt. Oh, Twilight Forest ist so geil. Warum? Oh, oh, Heike Hose. When you see it, you will shitbricks. Ja, ich habe auch deine Darklegends. Ich bring die jetzt hier erstmal raus. Wollen wir uns nochmal am Spawn des Twilight Forests treffen? Das wäre wunderschön. Aber kannst du mir meine Hose geben? Was ist das denn? Was ist das für ein schwarzer Sturm hier? Was ist das? Wie ein schwarzer? Jetzt fängst du damit an. Ja, guck doch mal. Siehst du das? Hä? Hallo in meiner Hand. Ich finde das jetzt ein bisschen inappropriate hier. Bist du das? Das ist sowieso, weiß ich nicht, was ist das? Ach stimmt, hast recht. Was ist das? Oh mein Gott. Fragen über Fragen. Mein Gott. Oh man. Scheiße, wo ist denn der Spawn gewesen? Aber ich muss doch, ich muss doch... Drück einfach J. Ja, und dann? Ja, guck mal her, woher ist. Dann fliegt er hin. Mr. Outback. Ja, ich bin gerade in der Nähe des Hauses. Ja, ich fliege hier auf dem Baum und gib mir meine Hose. Ich fühle mich so nackt. Das ist umso kalt. Wow! Nein, ich würde ganz ehrlich sagen, mir hat die Welt besser gefallen, als ich noch keine Schneesturm in der Fresse hatte. Ey, hier ist so eine komische Arena aus Stein. Ich bin hinter dir, gib mir die Sachen bitte. Besser gefallen, als sie noch auf 1,6 war. Davy Hammer, Davy Schaukel. Was? Ich verstehe dich nicht. War sie einfacher. Davy Leggins. Was war das anders? Dann muss ich töten. Ah, anders? Sie war einfacher. Ich muss sie nur einmal hauen. Ich muss sie jetzt verkriegen. Wo ist denn hier, warum ist denn hier in der Arena keine Hydra, ja? Wer hat die denn schon wieder weggemacht? Nee, Hydra war da nicht, sondern diese Schlange. Nee, die ist auch nicht drin. Was ist das denn hier für ein Vieh? Wo sind denn die Bosse alle hin? Ja, das bin ich, ne? Ja, also. Wo ist denn der Spawn? Warte mal ganz kurz, David. Kann ich dir zeigen, wenn du mir die Sachen gibst. Das ist ja Fressum. Was ist das denn hier für ein Riesenwolf, Alter? Danke schön. Ach so, das ist mein Kamerahelm. Aber Leute, du musst da auch ziemlich geil aussehen. Wo ist denn der Spawn jetzt? Da, wo der Spawn ist. Ich kann dir sagen, also ich bin schon da. Wobei, das passt eigentlich. Ja, da, wo der Spawn ist. Ja, stimmt. Ach nee, ich dachte, da haben wir gar nicht. Wo ist der Regenbogenpalast? Der beim Gletscher, stimmt, ja. Nee, hier ist richtig. Aber, ey, ey, ey. Ich will das Tier haben. Ach, das hast du. Flieg rum, flieg rum, hier sind genug davon. Hey, was hat Kian denn für ein Viech? Ja. Wieso habe ich hier so ein... Ein was? Ein wild deer. Kriege ich noch mal was zu essen, bitte, bitte, bitte? Ich habe einen Essen verloren. Ja. Oh, ein Hase. Ich bin auch ein Herrsch. Ich habe auch einen Herrsch. Ein Herrsch. Boah, ich möchte bitte essen. Harry, Harry Hirsch hier. Ich möchte Eschen haben. Ja, ich sage, die wären genug, Hirsch. Ja, hier ist ein Hirsch, bei mir. Ich weiß nicht, der Spawn. X950, Z950. Hast du mal was zu essen, Chaos Crafter, bitte? Ja, genau, irgendwo hier zwischen, ne? Warte. Hauptsache, du hast Fisch. Ja. Wer hat denn Fisch? Ja, ich habe einen Fischer gebaut. Fisch. Leil. Leil. Ach ja, ich habe noch was Schönes gefunden, fällt mir gerade mal ein. Kennt ihr den hier, kennt ihr den hier? Was ist das denn für ein Vieh? Ich habe einen Setz, der Baum geht so groß wie die ganze Stadt. Was war los? Was ist denn? Oh mein Gott. Ich habe einen Yeti. Ich bin ein Yeti. Habt Angst. Ich will den alles. Gib mir den. Nein. Gib mir den. Nein. Ich bin ein Schaf. Kommt mich hier raus. Wo willst du den Baum pflanzen, Demitor? Hallo. Nein, ich habe einen Baum gefunden, der wird so groß wie die ganze Stadt. Mach mal. Hast du so ein Sacred oder was? Ja, genau. Den sollten wir aber vielleicht in einer anderen Folge planen. Den sollten wir gar nicht mehr als gut sein können, dass der Server davon abschmiert. Aber nur in dem Moment, wo der wächst, oder? Weiß ich nicht. Ja, eigentlich ja. Ey. Neat. Wo ist denn derzeit? Das ist der Ausgang, ich finde den nicht. Kannst du dich gleich gehört, wenn ich meine Sachen mit Truhen habe? Okay. Ey, du kriegst doch einen Grabstab. Ich bin doch gar nicht irgendwo. Ja, aber ich habe keinen Bock, der wieder zu Try-Light vorstuhigen. Ich würde sagen, wir treten mal die Rückreise an. Ja, bin ich auch für. Ben, unser Abenteuer. Chaos teuer. Chaos teuer. War teures Chaos, ja. Flop. Rein. I'm already back in business. I'm already back. Oh, jetzt habe ich es auch nicht gefunden. Man kann auf jeden Fall noch gute... Oh, ich fall nach unten. Hä? Nein. Man kann auf jeden Fall ordentlich Tiere sammeln, in die man sich verwandeln möchte. Hä? 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 Geht mal ganz kurz zu mir nach Hause und gebt mal ganz kurz meine Erfahrungen ab. Yay, der Pinguin is back. Puh, was bin ich denn gerade? Aber ich würde sagen, guck mal den anderen Spacken. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein. Tschüss. 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 Tschüss.